Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner Spülmaschine und zwar habe ich festgestellt, dass Wasser aus dem Lüfter rauskommt und das möchte ich jetzt beseitigen. Als erstes habe ich natürlich erstmal gemeint, ich mache mal diesen Deckel da hinten ab, also dass er drauf ist und habe auch gesehen, dass es da nicht schön aussieht, aber das soll wahrscheinlich nicht der Grund des Wassers sein, sondern da an der Seite sollen diese Schrauben entfernt werden, rechts und links und dann soll die Frontklappe raus, also quasi das Stück weg und da werden wir noch mal weiter. Super, also die vier Schrauben entfernt, dann soll man die Klappe zu machen und dann kann man quasi diese Abdeckung wegnehmen. Und jetzt soll es dieser Schlauch sein, der geht vom Lüfter hier unten hin, weil bei dem Lüften, also bei dem Trocknen entsteht Kondenswasser und dieser Schlauch soll fmw kaputt sein oder verstopft sein und dann funktioniert das nicht mehr. So, jetzt werde ich das Ding mal hier raus machen, ohne irgendwas kaputt zu machen. So, so sehe ich natürlich jetzt gar nichts. Also, so der Lufttest, wenn ich mal reinpuste, scheint es offen zu sein, aber ich mache das jetzt erstmal sauber und dann schauen wir mal. Ja, vom Schlauch her habe ich jetzt nicht viel gesehen, aber wenn ich das so angucke, da hängt ein Haufen Schmodder drin und das werde ich jetzt mal mit so einem Zahnting und mit einem Wartestäbchen mal gucken, ob ich das sauber kriege. Das werde ich hier unten machen. Also hier unten und da oben, wo der Anschluss vom Lüfter ist. Ich habe zwar jetzt den Schlauch durchgespült, aber wenn man das so sieht, ja, da ist doch noch allergleiches Modell da drin. Also die Dinge habe ich jetzt sauber gemacht hier, einmal hier und einmal da oben. Da war also nicht allzu viel drin und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Schlauch jetzt ganz einfach durchstoße. Also da hängt schon noch einiges drin. Ich habe jetzt den Schlauch mit Pressluft durchgeblasen, also da war jetzt nicht so das drin, dass ich jetzt sagen kann, das Ding wäre verstopft. Aber der Lüfter hat natürlich auch noch nicht diese Idensität gehabt. Idensität? Ja, hat nicht so funktioniert, wie mir das eigentlich vorschwammt. Also ich muss nochmal weiter gucken. Also ich habe das jetzt mal ein bisschen gereinigt hier, werde das nochmal nass auswischen und dann werde ich das Gerät mal zusammenbauen und werde das ganze Gerät mal reinigen. Mit einer hohen Temperatur und dann mal schauen, was dann passiert. Zum Reinigen der Maschine nehme ich den unteren Besteckkörper aus, also den Top raus und wird erstmal hier dieses Sieb reinigen. Weil das setzt sich auch relativ viel ab und bevor sie dann gereinigt wird, ist das auch schon mal sauber. Das Sieb ist gereinigt, ist eben ganz wichtig, weil sich ja da ganz kleine Löcher drin befinden und da sich ja dann logischerweise ganz gern was absetzt. Auch dieses Ding da hinten komplett reinigen und dann mal prüfen, ob sich hier irgendwelche größeren Sachen drin verfangen haben, die durch irgendwelchen, ja irgendwie da reingekommen sind. Also daneben sehe ich schon so ein paar Sachen, die muss ich noch raus machen und da unten hängt auch was. Das mache ich auch noch raus. Jetzt geht es nun ans Reinigen. Also ich verwende hier einen ganz normalen Spülmaschinenpfleger. Also habe ich auch ganz gute Ergebnisse mit erzielt. Da mache ich jetzt, schraube ich den Deckel ab, gebe den auf den alten Schwamm drauf, werde hier die ganzen Dichtungen mit einschmieren. Wie es angegeben ist, da unten auch. Stelle den dann da oben in den obersten Gepäck, in den obersten Korb, wird er dann so reingestellt. Und ja, wird dieses Ding abgezogen. Das Ganze auf die höchste Stufe gestellt. Also bei mir intensiv. 75 Grad. Und dann geht es los. Alle Dichtungen eingeschmiert. Jetzt ziehe ich hier oben diese Folie weg. Da braucht man also keine Angst zu haben, da läuft noch nichts raus. Da ist wie so ein Tropfen drauf, der sich von der Hitze auflöst. Und dann hier das ganze Reinigungsmittel dann rauskommt. So, ich will mal gucken, dass man das ein bisschen einklemmt, dass das nicht irgendwo oben liegt. Das muss man eigentlich nicht, aber das sollte bald richtig da drin stehen. So, hier geht's. So, wie gesagt, das Ding rein. Logischerweise auch mit rein. Klappe zu. Einschalten. Auf Intensiv. So. Und los geht's. So, jetzt wollen wir nachher mal schauen, ob da noch irgendwas rausläuft. Ich werde das dann mittlerweile mal ein bisschen sauber machen, weil hier sind dann die Wassertropfen. Hier läuft es auch irgendwo runter. Aber da dauert jetzt eine einige Zeit. Die Maschine hat es jetzt geschafft, den Reinigungsdurchgang abzuschließen. Und ich sehe irgendwie nichts, dass irgendwie was herauskommt. Hm. Ich tue mir das Ganze jetzt mal vertagen. Ich hoffe, das war's. Also, wie gesagt, ich sehe gar nichts, dass irgendwas rauskommt. Ich kann es ja mal ausmachen. Also, es lief vorhin schon. Es tropfte schon runter. Da kommt... Nee, absolut gar nichts. Okay. Also. Ich schließe mal das Ganze ab. Ich denke, das Ganze hat sich jetzt erledigt. Ob es jetzt dieser Schlauch war, der nicht richtig war oder irgendwas. Okay. Ich bin froh, dass ich das Ganze jetzt abstellen konnte. Und ja. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und dann, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Euer Gerhard. Ich bin froh. Ich bin froh.